Junk 23 Die Aufnahme überhaupt zum Laufen zu bekommen Beziehungsweise den Ton Ja, das ist manchmal anders So, Kapitel 3 müssten wir jetzt machen Auf, auf! Machen wir das Unmögliche möglich Das Unmögliche möglich, so, ich, ähm... Plasma-Katter? Definitiv So, vielleicht muss man auch nochmal neu kalibrieren Ah, das macht doch... Hallo? Ja, muss so gehen Du kannst, glaube ich, erst im Spiel einsteigen, ne? Na gut, dann warte So, Unmögliche-ich Bist du bereit? Ich bin bereit Ich bin bereit Du musst den Start drücken Start nach rechts Und? Und? Warte? Tadaa Ähm... Ja, ich... geht schon, bei dir? Passt Super Kann nicht losgehen Ach ja, wir sind die Wartungsluke runter Mit dem Fahrstuhl Na dann Unsere geliebten Zuschauer werden es wahrscheinlich erst vor kurzem gesehen haben Ich will nichts versprechen, wer weiß, welchen Abstand ich die hochlade Hey, wer bist du? Ich bin auf deinem Seite Ich bin nur... Ich schluss von den Tänken Nicht lange, sie sind auf unserer Beine Was? Dann behalte es runter, sie hören uns Warte, du meinst, sie sind hier unten? Nein Niii Der lässt gar nicht auf sie fahren Nee, überhaupt nicht Und der auch nicht Ja, Mist Ach, du beschäftigst ihn, ja? Joa Ich sag mal, wenn er allein ist, dann... Gehen wir dann schon hin So... Sie müssen draußen bleiben, genau Ach, er macht das Wart oder machst du das Rad? Nö, er macht das Ist ja sehr nett von ihm Ah, daneben Geht doch Oh, noch eins? Na gut, wir wollen, dass ich mehr Ich glaube, der kommt, wo er noch mehr hat Ja, zugegeben, die Viecher sind aber auch echt nervig Hey, es hält Ja, nicht mehr lange Ich hab keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Er hat mich ganz kurz irgendwie an... Ich weiß nicht, nicht Leon, aber irgendeinen von Resident Evil erinnert Interessant Textlog Achja, wir haben glaube ich zwischendurch zwei, drei Textlogs übersprungen Das konnten unsere Zuschauer gar nicht lesen Oh, okay Naja Es tut uns leid Ich glaube, wir haben beim letzten Mal... Oh, alles mitgenommen was hier so lag, kann das sein? Sollten wir Also irgendwie Waffenupgrades oder sowas Die liegen eigentlich auch gerne irgendwo versteckt Die meisten sollten wir mitgenommen haben Ja Zum Glück muss wir die nicht doppelt sammeln Ne, und die Blocks und so weiter auch nicht Ich will es auch sehen Sarge, das ist Baines Baines, hey Jesus, ich dachte, ich hätte dich verloren Wenn wir nicht in der Shuttle waren, wären wir zuerst Es ist ein Rektor Wir werden nicht irgendwo fliegen Woher bist du? Wir sind in einem Megabend Wir gehen in der Sektor 8-Maintenungsbank Es gibt eine Shuttle, die wir können nutzen Aber wir haben hier die Entrance geschlossen Können Sie eine andere Route finden? Wir machen unser Bestes, Sarge Wir sehen uns da Ja Dann gehen wir mal da hin Genau Wir wollen ja endlich mal hier abhauen Sieht ja aus wie auf der Müllheide, guck dir mal an Ja Hatte mir die ganzen Toten liegen lassen Ist ja kein Personal, das bekämpft Oh, wer ist das denn? Oh, meine Frau ist online Haha Wenn die jetzt schreibt Kommt, ignoriert Okay Warte, was ist das? Die liegen massenhaft gleich rum Und sie nehmen irgendein Teil mit Na klar Kannst du nicht das Kirschsprotter alleine trinken Tue ich nicht, ich teile Deinen Kirschsprotter mit dir Sehr vornehmlich, danke Wir haben übrigens dieses Mal von Von 16 zu 9 auf 4 zu 3 das Bild gewechselt Unsere Fahrtenkreuze sind diesmal rund und nicht eiförmig Tja, dann genießen wir mal diesen Luxus Ha HD wär mir lieber Ja, gut Eines Tages Wer weiß Wer weiß Wer weiß Wer weiß Was ist das? Oh, ich muss nachladen Oh, ich muss nachladen Oh, ich brauche Munition Nicht gut Sollten wir dir welche besorgen Ja Da hast du Munition Immer nur ein bisschen Mal kurz mal im Blick werfen Na, so viel hab ich auch nicht mehr Acht Schuss noch Ja, ich hab 5 Super Ja Also vielleicht die Nieten Aber die spielen ja hier nicht umsonst auf unmöglich, ne? Richtig Die wollen ja schließlich gefordert werden Ja Ist echt unmöglich von denen, die so wenig Munition rumzuliegen Die sind doch alle tot, die brauchen es doch gar nicht mehr Verstückt Oh, wie ich die hasse Zack Oh Bleib endlich tot Du warst doch schon mal tot Ach, du warst schneller als ich Sieht so auf Zack Ach, dankeschön Ja Oh, ich wollte es einfrieren Jetzt kann ich nicht mehr Ja Und die Treffen Na, klasse So Meine Güte, vielleicht soll ich doch wieder den Plasmakater in der Hand nehmen Ja Jetzt ist es auch zu spät Hahaha Es kommen bestimmt noch Gegner Lexine Du bist okay? Du hast schon kalt, seitdem du den Audio-Lock gefunden hast Ja, ich bin okay Nur... Nur über meinen Vater Ach, heute lassen wir sie wieder aussprechen, ne? Nö Nö Hey Ein bisschen nachher reden Er könnte auf einer der Shuttle, die bereits verlassen Für sowas gibt es Untertitel Stimmt Jeder schaut nach jemanden Was war das? Ja, nichts Du bist nur einsea Nö 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 Tö 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 Leute, wir stehen hier. Ich werde es anschauen. Ja, oh du, das war doch Glück, das war auch Glück, das war eigentlich nur dieses sinnlos drücken und da lag tatsächlich, oh du bist außer böse aufstehen, oder auch nicht, oh wir nehmen ihn, dieser Penner, ausgetrickst. Ach, still Heike, ja bitte, du bringst uns um, du machst das, was die Monster nicht schaffen, wann? Ja genau, so du darfst den Knopf drücken, das schaffe ich, yay, na ja wenigstens etwas. Oh, oh, Impulsgewehr. Damit haben wir es voll. Questlog, Unitology, Hoffnung, oh was gefunden? Hey. 200 Jahre auf dem Mars, bla bla bla, Unitology, inzwischen Millionen, 68 Milliarden, ja. Klingt irgendwie auch nach Scientology, ne? Ja. Ah, die Kiste, die Kiste. Nein. Du hast sie noch, obwohl sie da hinten hängen. Ich höre sie zu. Ich höre sie zu. Dreh dich um, ich will die Kiste. Oh, jetzt geht der doch runter. Naja, haben wir zumindest noch die Lock-Partei. Ja, stimmt. Und das Upgrade. So. Ja, irgendwie wäre mir die Waffe aber bald lieber gewesen als das Upgrade. Ja. Müssen wir uns leider noch gedulden. Aha, aha, aha. Hier ist ja wieder viel los. Das ist eine schöne Beschreibung, oder? Ja, hat so nett formuliert. Negativ, Sir. Wir haben nichts gefunden. Ich denke, wir sind beobachtet. Aber das ist alles. Wir hoffen, dass es so bleibt. Reicht ja auch. Komm bestimmt gleich wieder, wa? Ich würde mich wundern, wenn nicht. Ah, schöner nehmen wir sie mit. Bleibt doch mal einer liegen hier. Ups, nachladen. Ah, da, ich hab's erwischt. Ah. Ich glaube, es ist tot. Und ich klaue dir wieder mal die Munition. Oh, macht nichts. So viel mehr Schuss habe ich auch nicht. Los, nimm sie dir. Schnapp sie dir. Schnapp sie dir. Schnapp sie dir. Schnapp sie dir. Jawoll. Endlich eine dritte Woche. Schnapp sie dir. Danke. Ja, das kann schon mehr. Ach, minimal. Oh, gerade so gerettet. Ja. Ah, nein, lass ihn los. Lass ihn los. Lass ihn los. Schieß doch mal drauf. Jetzt hast du es wütend gemacht. Juhu. Ich rette ihn. Man, lass die Olle los. Vielleicht solltest du auf ihn schießen. Dann siehst du nicht. Ich wollte keine Munition verschwenden. Also, er macht Bauchmuskelübungen. Genau, der geht sich. Dem geht es gut. Der muss nur mal kurz die Rohre inspizieren. Hörst du, stopp argumentieren, für Gott sei Dank. Lexin ist richtig. Es ist kein Punkt in den Kampf zu kämpfen, wenn wir nur um uns selbst kämpfen können. Hat die gerade mit uns gemeckert, weil wir den Typen gemeldet haben? Ich weiß nicht. Ich habe ihr nicht zugehört. Ich auch nicht. Ich glaube, es ging ja darum, dass wir uns mit unseren Kollegen da gestritten haben. Achso. Schön. Ich habe bitte beides... Da, da, nimm. Verdien dich, los. Oh. Hab's doch. Da war noch irgendwas, ne? Ja. Ah, jetzt liegen uns die Sachen hier im Weg. Ähm. Ii. Friss. Kannst du wieder... Bitteschön. Ah. Wofür geht das, Alter? Ne. Ach, das noch. Es kriecht weg, es kriecht weg. Nein. Falle kriegen, komm wieder her. Wir kriegen dich. So. Ich beschäftige den da hinten so lange. Gut. Oder auch nicht. Dass sie aber auch so viel aushalten, war es doch. Ups. Ha, 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 eingefroren. Ich kann auch. Ja, schon. Jetzt haben wir sie vom Nahen betrachtet. Ich bin auch ge... Ich... 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 Alter, er liebt doch noch, oder? Oder der ist langsam eingefallt. Ich hoffe für langsam. Ja, das nennt man Skilly. Ja. Sollten wir öfter nutzen.